In diesem Video geht es um die besten Fischenschupper. Der Qualitätssieger in unserem Fischenschupper-Test geht an den Rösle 1810. Hochwertiges Schuppenmesser zum Entschuppen von Fischen ein hilfreiches und stabiles Küchenspezialwerkzeug, das auch optisch ein echter Hingucker ist. Durch die kleine, enge Zahnung greift der Fischenschupper auch unter feine Schuppen und erreicht durch seine spezielle Form sogar schwierige Stellen ohne die Haut des Fisches zu verletzen. Der ergonomische Rundgriff liegt stets gut in der Hand durch die praktische Rösle-Aufhängeöse ist die Aufbewahrung des Küchenhelfers an Küchenleisten möglich griffbereit ohne in überfüllten Schubladen unterzugehen. Aus hochwertigem Edelstahl 18 Zehntel hergestellt, ist der Fischenschupper hygienisch sowie geschmacksneutral und lässt sich einfach von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bestmark Fischenschupper. Hochwertiger praktischer Fischenschupper mit scharfer Edelstahlklinge für einfaches und schnelles Entfernen von Fischschuppen, für alle Speisefische geeignet, für Gastronomie und zu Hause. Effizientes Entfernen von störenden Fischschuppen durch breite Spezialklinge aus rostfreiem Edelstahl, einfache Handhabung. Bündiges Ansetzen am Flossenende und gleichmäßiges Entlangziehen gegen den Strich. Keine herumfliegenden Schuppen dank aufsteckbarem Auffangschalendeckel, fester Halt durch breiten und leichten Griff mit abgerundeten Kanten aus Aluminium. Made in Germany hochwertig solide Verarbeitung, Spezialklinge aus rostfreiem Edelstahl, leichte Reinigung, Spülmaschinen geeignet. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fischenschupper-Test ist der Küchenprofi Fischenschupper. Mit dem Fischenschupper können sie sich das Abziehen der Haut sparen. Der Schaber entfernt Fischschuppen jeder Größe rasch und gründlich. Der Küchenhelfer liegt gut in der Hand und ist so geformt. Der Schaber wurde aus Edelstahl gefertigt. Er hat eine Länge von 19 cm. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.